Mit 19 zu 26 verloren die Gastgeberin HSG Blomberg-Lippe gegen die TUS Metzingen in der Frauenhandball-Bundesliga am 23. September. Bei dem Spiel traten sie gegen einen Top-Meisterschaftsanwärter an und hatten keine Zeit zum Durchatmen. Dem Publikum boten sich spannende Zweikämpfe und ein 11 zu 13 in der ersten Halbzeit. Doch aus dem 2-Punkten-Unterschied wurde schon in der zweiten Halbzeit ein 7-Punkte-Unterschied. Für den HSG Blomberg ist dies schon die zweite Niederlage nach drei Spieltagen in der Frauenhandball-Bundesliga 2017.